Darf man Silvester feiern als Muslim? Und meine geehrten Geschwister, wir müssen uns mal klar werden, was überhaupt dahinter steckt. Silvester, wer war das? Was steckt dahinter? Warum wird das gefeiert? Das ist eigentlich ein heidnischer Brauch, wenn nicht mal was mit dem Christenzum zu tun hat. Deswegen, allein schon wegen diesem Namen und was dahinter steckt, dürfen wir Muslime das nicht feiern. Zudem die ganze Geldverschwendung, was da passiert, wie viel Geld einfach verbrannt wird. Damit könnte man so viel Armut einfach wegmachen für so viele Jahre. Allein aus Solidarität gegenüber den Armen sollten wir Muslime das nicht machen. Subhanallah. Deswegen, wegen diesen Dingen ist es den Muslimen nicht gestattet, Silvester so mitzufeiern. Möge Allah uns Verstand geben.